Grüß euch liebe Grazer und Irma Grazer. Mein Name ist Martin Segner, ich bin 43 Jahre alt und seit 20 Jahren mittlerweile mein Magistrat Graz bzw. der Ruding Graz in der Abfallwirtschaft als Müllwohnfahrer tätig. Mein Team und ich machen unseren Dienst nach wie vor ganz normal um euren Müll abzuholen und den Start sauber zu halten. Wir haben Rennedesinfektionsmittel, Fahrzeugdesinfektionsmittel, Mundschutz nur um unsere Gesundheit zu erhalten. In diesem Sinne ersuche ich euch, bitte bleibt zu Hause, bleibt gesund, den Rest erledigen wir. Alles Gute!